Die Messe zum Hüttenmarathon ist natürlich für uns immer das Highlight der Saison. Nicht nur, dass wir uns hier in der Event-Arrena präsentieren mit unseren Partnern Curly Sumi, CEP, Lux und Ultrasport. Nein, unser Team wird auch unsere MGM-Läufer hier nochmal einstimmen auf den großen Tag, nämlich am Sonntag, den 13. Oktober. Und dann warten wir dann auch am Sonntag auf alle Läufer, die hier ins Ziel kommen und werden dann nochmal auf ihren Erfolg anstoßen. Also die Marathon-Messe hier ist nicht nur für uns eine Präsentationsfläche, sondern natürlich auch für den sportlichen Hintergrund. Und dazu zieht ihr jetzt auch richtig gute Eindruck. Guten Morgen! Vor dem Start treffen sich die MGM-Teilnehmer noch einmal am Stand von Sport Ruscha. Sie tauschen letzte Tipps und Erfahrungen aus. Bei Kilometer 37 wartet Klaus auf die erschöpften Läufer und feuert sie noch ein letztes Mal an. Sie sehen super aus! Du schaust gut aus, Helga! Super Petra! Tschüss, Kamata! Und Martin! Andreas! Super! Arne, komm! Auf geht's in die Richtung! Noch vier Kilometer! An mir vorbei! Nichts oder rechts! Scheißegal! Macht euer Marathon heute zu Ende, ihr habt es verdient. Noch mal die letzten zwei Meter! Und da kommt noch einmal! Und da kommt noch einmal! Udo! 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 So nebenbei! 20.000 Läufer und Läuferinnen, die wir hier alle durch peitschen! Oh, geil, das Gefühl macht richtig viel Spaß! Die Leute sind sensationell drauf! Die haben richtig gute Laune! Die laufen hier durch wie befrühen, aber ich bin fix und fertig! Keine Sorge, Klaus! Du und die Läufer, ihr habt MGM 2013 erfolgreich abgeschlossen und dafür habt ihr euch auch eine Belohnung verdient! Prost! Und damit ihr eine bleibende Erinnerung habt, gibt es selbstverständlich am Ende noch das Gruppenfoto! Ich hoffe, wir sehen uns alle wieder bei MGM 2014!